Was für Bedingungen? Ja, es geht um das Erbe jetzt. Kriege ich das Geld jetzt oder nicht? Ja, du kriegst das, aber es gibt halt Bedingungen. Was heißt das? Das heißt, wenn du die Bedingungen nicht erfüllst, kriegst du nichts. Danke, Dodo. Ja, bitte gerne. Weißt du, ich habe ja ein bisschen News studiert, wegen der Unterlagen für die Arbeitslosenunterstützung. Ich liebe alle Frauen. Das ist meine Art, treu zu sein. Ich bin ein, treu. Du sagst, du kannst keine Frau heiraten, weil du sie alle liebst. Also bitte heirat deinen Mann. Aber ich bin nicht schwul. Daneben. Ich nenne mich nicht so, ich heiße so, jetzt wo wir verheiratet sind. Du hast meinen Namen angenommen. Mein Name, dein Name, es ist dein Name. So wird ich. Ich habe zwar auch geheiratet, aber nicht das Geschlecht, für das ich mein Herz entschieden hätte. Was ist das hier? Oh, really? Wie nett hast du's hier? Los, komm. Nein, warte doch. Ich will dich erst mal umsehen. Schließlich habe ich lange genug davon geträumt, zu dir zu kommen. Willst du nicht meine Briefmarkensammlung sehen? Ja. Hoppa. Achtung. Deine Treppe. Mi, batere mi. Tanzt den Hip-Hop wie noch nie. Schwingt die Hüfte links und rechts. Und das macht mir gar nicht schlecht. Ja, da macht mir da ein Fressi. Der König der... Der König der... Schweine! Das ist nur dumm! Ich bin das hässliche Entlein der Mann. Umarme dich, mein Liebling. Darf ich nicht? Nein, doch. Ah, das kannst du doch besser. Rühre dich. Ja, also... Ja, das ist jetzt sehr interessant. Sehr passend, ne? Du bist wirklich verheiratet? Ich schwöre dir, es ist nicht das, was du denkst. Mit deinem Bruder? Nein, nein, nein. Mit deinem kleinen Bruder? Nein, also eigentlich ist er ja gar nicht. Mit deinem kleinen, behinderten Bruder? Das trifft sie härter, als ich dachte. Sie wird hör mir zu. Nein, du hörst mir jetzt zu. Ihr alle hört mir zu. Platz! Sieh dir doch an! Ihn, wer schon glücklich ist, wenn er mit Plastilin und Stoffchen spießt. Gott, die Hoffnung, das darf ich mir gar nicht vorstellen. Was? Armer Dudu. Ach, um mich macht euch keine Gedanken. Ich bin einverstanden. Henri, willst du dich von mir scheiden lassen? Ja, ich will. Henri, haben wir am 22. schon was vor? Wieso? Dein Vater heiratet Pater Gilbert. Ja! 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 Ja!